Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Ja, da sind wir wieder bei Limbo. Ähm, das war, ich habe ja gesagt, wir machen fast alles. Außer fünfmal, also weniger als fünfmal, äh, gerade mal, maximal, mann, maximal fünfmal sterben, sonst blblbl. Das, ähm, ihr habt das Spiel gesehen, ihr wisst, was da vorzukommt, ihr könnt es ja probieren, so. Kapitel laden. Wir werden jetzt den geheimen Weg machen, der, äh, ein bisschen, äh, blind ist für mich. Na, wo ist das denn? Irgendwo hier, ja, das müsste hier sein. Also der ist blind, und das meine ich jetzt wortwörtlich, blind. Aber naja, erstmal, ah, perfekt. So, hier runter. Ähm, die meisten, wenn sich, also wer es sehr viel geschaut hat, wird sich noch dran erinnern, was wir hier gemacht haben. Wir sind hier rund um, um uns ein Achievement zu holen. Und da habe ich schon gesagt gehabt, äh, da kommen wir nochmal durch, durch dieses Geburtstags-Gedöns. Äh, 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 gewöhnt euch schon mal an diese Ansicht, gewöhnt euch dran. So, hier sind wir bei den Kerzen, und, a la cadabra. Jo, super, die Tür ist auf, ne? Ist ja geil, Klatsch. Na, toll. So, bestand noch in diesem Abschnitt, man muss sehr auf den Sound achten, also, akustisch. Oh Gott! Ja, genau das meine ich. Okay. Nochmal. Ähm, was ich sagen wollte. So. Oh, danke. Man hört auch diese Dinge jetzt. Mom, mom, mom. Man muss hier sehr auf den Sound achten, in dieser Dunkelheit. Und wir werden gleich mal von den Paradigmen übernommen, das ist aber gar kein Thema. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt noch ein Mist gebaut. Danke. Wir müssen warten, bis es klackert. Okay. Mal schauen, wie ich an der Kiste ankomme. Okay, hier ist die Kiste. Also, bitte einmal kurz umdrehen. Danke. So, und jetzt? Ja, schieb die Kiste. Machst du fein. Wir müssen da warten, bis wir das Klackern hören. Das sollte gleich passieren, denke ich mal. Danke schön. Oh, super. So, damit gehe ich jetzt zurück zum Lichtschein, der nicht besonders weit reicht. Den werden wir Ihnen so lange nicht mehr sehen. Tschüss. Tschüss. Und immer nur diese kleinen weißen Augen. Ihr solltet unten bleiben. Das ist so mies. Hängen bleiben. Es ist nicht komplett blind. Ich habe es schon kurz angezockt. Aber größtenteils ist es eigentlich noch blind. Ich glaube, das nächste habe ich noch gemacht. Und dann war es das auch. Dann bin ich wieder komplett im Arsch. Könnte man sagen. Ah, ja genau. Das hier habe ich noch gemacht. So, was ist denn hier? Hier kommt was ganz lustiges. Oh mein Gott. Riesige. Oh Gott. Ähm, die Kreissäge ist nicht besonders nett. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. So, hängen bleiben. Denn, das ist schnell. Das könnt ihr mir glauben. Da hätten wir nicht hingrennen können. Nein. Und jetzt ganz schnell. Oh mein Gott. Dass der auch nicht stolpert oder so. Naja. Übrigens. Wäre ich da stehen geblieben, hätte ich das Ding erwischt. Dann bin ich tot. T-O-H-T. So, aber. Funken? Ja, natürlich. Das könnte... Ah, da fährt anscheinend eine Plattform. Also erstmal... Ah, perfekt. Dann warten wir mal da drauf. Hallo. Na komm. Putt, 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 putt. Und hopp. So, wie läuft das jetzt ab hier? Ah. Okay, okay, okay. Seh schon. Wir müssen jetzt hier rüber und dann runter. Okay. So, hier kurz abwarten. Wieder rüberfahren. Und dann sind wir heute die Kreissäge vorbei sind. Und hier hoch, zurück, Anlauf nehmen. Oh Gott. Danke. Yay. Ist das Metall? Klim, 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 klim. Ich weiß nicht, ob man das hört. Aber online. So, das ist ja schon scheiße genug. Deeeet. Wisst ihr, was jetzt kommt? Ja. Wer hätt's gedacht. Wir dürfen das jetzt im Dunkeln machen. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, war das genug. So. Wir warten noch ein bisschen ab. Fangen wir uns das mal an. Die geht schnell. Oh Gott, geht's ja. Uff. Oh mein Gott. Also teilweise echt vorhersehbar, was hier passiert. Was hab ich denn da? The fuck? Hey, da brennt. Was zur Hölle? Ah! Oh mein Gott. Lauf. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Uff. Uff. Ah, da vorne war direkt so ein Loch. Das heißt, wir müssen... Ach, wir müssen... Äh... Ja, warten wir mal kurz. Dann laufen wir hinter dem Weifen. Yeah. Und ich glaube, über den Stein können wir ihm laufen. Sobald wir da. Aber ich bleib mal kurz stehen. Das war vielleicht nicht so schlau. Ah! Puh. Das war, äh... Ein bisschen knapp. Aber nur ein bisschen... Wasser. Das ist wieder auf Metall. Okay. Was ist so... Wow! Das war jetzt... Ich hab damit jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Okay, wie weit können wir hier denn... Stehen? Ich hab keine Ahnung, aber... Äh... Ist mir ein bisschen zu schnell... Ah! Okay. Okay, okay, okay. Wir scheinen uns wieder vor, das hier wegen zu können. Ja, super. Und... Ist das entweder ein Minicam? Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß, was jetzt kommt. Hey, cool! Fick dich! Oh Gott! Geht auf einmal wo die Lampe aus. Was soll das? Und jetzt kommt der Arsch-Tritt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein... Keine Chance. Keine Chance. Vergiss es. Das ist überhaupt keine Chance. So wird gleich die Lampe wieder zerballert. Ne, wir sind jetzt ja ganz am Anfang von mir ein ganzes Rätselding. Okay. Durch, 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 durch. Jetzt machen wir einen zweiten. Wir warten mal kurz ab. Und jetzt komplett im Dunkeln. Okay, jetzt sollte man aber auch durchkommen. Okay, perfekt. Das war, äh... Lustig. So, mal schauen, wo wir jetzt nächstes hinkommen. Na, komm. Junge. Du tust mir echt... Licht? Was ist das denn? Ist das... Oh mein Gott, Leute. Das ist der... Das ist der letzte Erfolg. Geil. Hä? Wow! Was? Hä? Okay. Jetzt sollte ich ein bisschen leise sein, wahrscheinlich. Tut mir leid, wenn. Da muss ich halt ein bisschen laut verbrechen, aber... Das war anscheinend der letzte Erfolg. Und, oh Gott. Ich hab so das ganz miese Gefühl, dass wir diese Kanonen jetzt ein bisschen länger verfolgen. Na, okay. Äh, das ist ja eines nur ein bisschen Timing-Sach. Nehme ich jetzt mal an. Oh Gott. Nein! Ich wollte gerade sagen, es war wahrscheinlich zu früh. Okay, wir müssen auf die Schüsse achten. Okay, warten, 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 warten. Ah! Oh Gott. Okay, hier geht's hoch. Hier geht's auch nochmal hoch. Okay. Hier geht's rüber! Scheiße! Voll zerballert worden. Komm! Das wird lustig. Yay! Und... Okay. Jetzt geht's runter. Warten wir mal auf der fallen drauf, warten wir mal auf der fallen drauf. Warten wir mal kurz an. Oh Gott. Hier kann ich auch. Hier kann ich auch noch drauf. Geh jetzt wieder runter. Jetzt werden die Kanonen leiser. Okay, warum auch immer. Oh Gott, die gehen hoch. Ah! Und zu langsam. Geil. Na, da kommt Freude auf. Okay, wir müssen also direkt... Schnell. Ein Aufzug. Nein, zu früh. Nein. Das war doch so knapp. Nein. Nein. Okay. Ganz ruhig. Nicht aufregen. Ah. Schnell, 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 schnell. Ah, schon wieder. Mann. Okay. Dann müssen wir wohl dem Aufzug da fliehen. Aber ich hoffe, der ist langsam genug, dass man da... Ah! Okay. Und jetzt... Ich warte mal lieber ab, bis das Ding nicht fast erreicht. Und dann... Nein! Ich habe vergetan. Ich habe den Aufzug nicht bekommen. Geköpft. Da holt unser Kopf. Oh Gott. Also die Kopfanimationsszenen sind ja schlimmer als in Lothro. Das war's zur Hölle. Was war das jetzt bitte? So, abwarten, 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 abwarten. Okay. Wir warten jetzt mal die untere Kanone. Ah. Ich habe... Was soll... Falsche Taste. Geil. Ich bin echt ein Genie. Jetzt schnell hoch. Schnell, Schletterer. Dann kommt es vor, als wenn ich hier langsamer werde, um die... Okay, 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 okay. Knapp. Oh Gott. Äh, äh. Cool. Ha! Wir haben dich besiegt. Yay. Oh, geil. Und jetzt? Wo kommen wir jetzt hin? Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie so einen Bonusraum oder vielleicht sind wir unsere Schwester oder was auch immer. Das wäre schon irgendwie... Geil. Wow. Ding. Ha, ha, ha. Ich hoffe... Nicht ernsthaft, oder? Das Ganze wegen der beschissenen Abkürzung. All das. Wegen einer klitzekleinen Abkürzung. Ist das jetzt ein schlechter Witz? Oh mein Gott. Tot. Klatsch. Gut, wenn man das da unten auswendig kennt, dann kann man sich hier schon einiges an Todesfallen sparen. Aber ich finde, der Weg da unten ist um einiges härter. Na ja, wie dem auch sei, das wäre jetzt sehr enttäuschend. Ähm. Das war Limbo. Ihr habt alles gesehen, was es zu sehen gibt in diesem Spiel. Außer da unten dieses... Mein Gott, nein! Cool. Also ihr habt alles gesehen, was ich zu zeigen hatte. Das Ding schießt nicht auf mich. Cool. Mehr hab ich eigentlich wirklich nicht mehr. Ja, das war's dann so ziemlich, ne? Ich würde mal sagen, das Projekt ist damit beendet. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwer kommt. Oh, du hast diesen und jenes vergessen, weil Baum und Öl. Und bla und blub. Und Schneiderling. Huh, 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 huh. Komm her. Verdammt. Na egal. Ja, aber ich würde mal sagen, wir sind uns in meinem nächsten Samstag. Das Projekt, das wird... Keine Ahnung sein. Ja, ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was ich da nehmen soll. Ich würde liebens noch was mit Grabber machen, aber mein Grabber spackt es ein bisschen übel ab. Und naja, egal. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.